Welche drei Adjektive beschreiben für Sie am besten die Elsässer Weine? Und da hat man gerade noch keine Auswahl, muss man sich selbst ausdenken? Für mich im Grunde genommen denke ich in erster Linie eigentlich an Mineralität. Dann denke ich an Frische. Und als drittes denke ich an eine Harmonie, eine Ausgewogenheit. Und welche Erinnerungen haben Sie an Ihren ersten Kontakt mit Elsässer Weinen? Ich glaube, diese Erinnerung, die ist irgendwie im Dunkeln meiner Erinnerung verschwunden. Für mich ist viel, viel wichtiger, was heute passiert. Und ich finde, es gibt hier im Elsass eine tolle Dynamik. Man muss bedenken, dass Elsass ist die Region in Frankreich, wo die besten Weingüter praktisch alle biodynamisch arbeiten. Und das ist für mich ein sehr, sehr, sehr interessanter Ansatz. Welche drei Orte der Weinregion mögen Sie besonders? Also seien es bestimmte Terroirs, Dörfer, Lagen? Ja, das ist auch etwas schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Elsass sehr. Aber ich persönlich bin jetzt nicht der absolute Experte, der jede Lage kennt. Aber was wir auch hier morgen sehen werden, Vorburg bringt eben schon einige sehr interessante Pinot Noirs hervor. Ich habe Pfingstberg probiert, finde ich, bringt einen sehr schönen Riesling hervor. Und Brand, das gehört natürlich jetzt zu diesen ganz großen Lagen, die also sehr, sehr berühmt sind, wie Mambour auch. Weine, die immer eine ganz besondere Kraft und Fülle haben. Und ich denke, Elsass ist einfach voll. Das ist auch das Besondere an Elsass. Man hat 51 Grand Cruis herauskristallisiert, aber es gibt ja sehr, sehr viele andere Lagen und Judis, die auch historisch immer ihre Bedeutung hatten. Und deshalb ist es relativ schwer, einfach so eine oder zwei, drei Lagen herauszukriegen. Weil ich glaube, insgesamt gibt es weit über tausend Lagen im Elsass. Was unterscheidet Ihrer Meinung nach die Elsässer Rieslinge von den Rieslingen aus den anderen Teilen der Welt? Ich glaube, abgesehen jetzt, wir sprachen jetzt gerade über die Lagen. Und ich finde, was ganz großartig ist hier bei den Elsässer Winzern, ist, dass sie ihren Rieslingen und nicht nur ihren Rieslingen einfach die Zeit lassen, bis die Weine fertig sind. Und die Weine dann erst abfüllen, wenn es soweit ist. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den deutschen Rieslingen, wo die Weine sehr, sehr oft unfertig in die Flasche gefüllt werden. Und man muss den Wein einfach diese Zeit lassen. Und ich finde, es bewundernswert, dass die Elsässer es machen. Heute probieren wir hier 2012, 2013. Es ist schon fast ungewöhnlich, wenn man 14 und 15 probiert. Und welchen Elsässer Wein haben Sie grundsätzlich in Ihrem Weinkeller? Welche Riepsorte oder? Also grundsätzlich als Journalist habe ich keinen Elsässer Wein in meinem Keller. Aber ich habe immer wieder Elsässer Weine in meinem Keller von verschiedenen Winzern, die ich sehr interessant finde. Und ich interessiere mich sehr, was in der jungen Generation hier passiert und versuche, da immer mal wieder eine Flasche bei mir zurückzulegen. Und Ihr letztes Wein-Highlight aus dem Elsässer, vielleicht jetzt ganz aktuell von heute? Also wen ich ganz großartig fand, ist der Cremant von Vincent Fleit. Das ist ein Cremant, der nur mit natürlichen Häfen, mit spontanen Häfen zweimal vergoren wurde. Das gibt es sonst relativ selten in der Weinwelt. Im Elsässer gibt es einige Beispiele dafür. Das finde ich ist ein neuer Weg, wie man Cremants machen kann, die komplex sind und trotzdem eine frische behalten und sehr natürlich sind. Das ist ein neuer Weg, wie man Cremant von Vincent Fleit.